Was ist das für ein Battle? Das ist doch kein Battle! Ich erzähle euch jetzt mal was über ein Battle. Für die Hackagy Battle Weeks haben wir euch nicht nur coole Challenges zur Entwicklung von digitalen Produkten vorbereitet. Wir geben euch vier Wochen, in denen ihr euch zu 100% digital austauschen könnt. Und außerdem könnt ihr euch in diversen Coaching Sessions den Input von innovativen Speakerinnen und Speakern abholen. Und am Schluss könnt ihr sogar noch was cooles gewinnen. Kannst du jetzt mal endlich was über die Challenges sagen? Na gut, kommt mit! Wer Handwerker oder Dienstleister beauftragt, muss echt so einiges koordinieren. Mit einem guten Workforce Management wäre das doch deutlich einfacher. Oder was denkt ihr? Danke! Zahlen, Daten, Fakten. Das kann ein ganz schöner Kampf sein. Jetzt reicht es. Aber mit den Challenges zu BI-Cockpit könnt ihr dabei helfen, Ordnung in das Chaos zu bringen. Siri, zeig mir, was die Pfalzwerke zum Thema E-Mobilität machen. Das ist mal unübersichtlich. Da versteht man ja gar nichts. Wer blickt denn da noch durch? Zum Glück haben wir eine Challenge für euch vorbereitet. Genau zu diesem Thema. Das kann nicht wahr sein. Dazu sage ich nur eins. Enterprise, Application, Integration. Dann hätte er ja schon längst einen freien Platz an der Ladesäule. Wie wäre es mit einer Challenge zum Thema Fördermittelmanagement? Dann sähe dieser Spielplatz vielleicht bald schon viel besser aus. Schlussendlich ist doch wirklich alles mit allem vernetzt. Umso wichtiger ist es, dass man nur die Infos bekommt, die einen auch wirklich interessieren. Dann mal los. Lasst uns zusammen eintauchen und zusammen vier Wochen lang coole Challenges bearbeiten. Bewerben könnt ihr euch bis Anfang Oktober. Und alle weiteren Infos findet ihr auf Hackertschi.de. Cool, oder? Schreibt es euch nochmal in den Chat.